so weiter geht's und machen die quest jetzt halt noch mal so da lang Das war's für heute. Okay, ich habe mich als erstes mit den Null 36ern angelegt und dann mit den 32ern. Hm. Wie gut. Ach, das war ja wieder das, woher gegen die Kisten treteten, die explodieren, die ja so vollstabil sind. Hey, da habe ich das letzte Mal schon mit Piss verlachen. Gong. Ich habe Piss. Huch. Was war denn mit dem Sif los? Der war ja bei Zeitendauen. Da waren die auf Tarell 5 aber stärker. Ach. Ich habe ihn ja auch einenершFreundação antes gesehen. Ich hab ich das nicht werfen. Ich hab ich nicht werfen, drifting Harbor. Ich hab es nicht. Aber noch nicht. Oh nee. Ja. Ah. Hier kommen aber bestimmt gleich wieder welche rausgeschissen. Wo ist das noch? Wo ist die Stoff? Wo ist die Stoff? Wo ist die Stoff? Wo ist die Stoff? Was ist die Stoff? Was gab's? Ich schwör Seid ihr gut? Nicht wirklich Ihr seid sogar schlechter als Kira Was? 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 Nein, doch nicht. Rauschen! . . 4 4 6 10 12 12 13 15 16 16 Das Ding ist auch kaputt Das Ding ist nicht so schön Der Kempel war jetzt sicher Das Ding ist ein Der Vernarbte ist euch gefolgt, Hass, Meister Utec in Flammen, Gnade ist die Verteidigung Alles klar, Bärtefrau Alles klar, alles klar, alles klar Wie weit muss ich denn noch? Nicht mehr weit So, 4 von 8 Hier werden gleich wieder welche rausgeschissen kommen Genau, das haben wir auch Oh, wo kommst du denn her? Alter Bounce da mich hier einfach weg Was hast du jetzt davon? Okay 1, 2, 3, 4, 5 Soldaten, 2 Sif Das schaffen wir doch Genau so Äh, wo seid ihr denn hier? Äh, Maus ist da Loll Die anderen waren echt stärk auf Teil 5, also So Ja, ja, ja So So, komm, einmal gegentreten Das ist immer noch soo gut Das ist immer noch soo gut, Alter Voll stabil der Scheiß von denen Das ist ja soo stabil So, jetzt gibt's zwei Dinger Wir gehen erstmal in das Gefängnis, würde ich sagen Alter Alter Ernsthaft So 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 Und 1, 2, 3, 4 Und 1 Sif Und da Wir haben bestimmt noch welche rausgeschi... 5 und 1 Sif Äh, rausgeschüssen kommen EGOL So, der ist schon mal da unten. Der auf. Der auf. Der auf. Na ja. So, mach was. Fünf von, sechs von, acht. Aber wie viel kommt denn da hier drauf? So viele durften gar nicht mehr hier erscheinen. Ach, da hinten ist ein Lootstrahl, aber es gibt ja nur Geld. Ja. Brauch mal nicht. Money Hammer. Boah. 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 Mehr als. Boah. Ike, ich muss noch mal kurz länger weg. Ja. Bis dann. Er... Du... 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 Bevor ich jetzt gegen ein Ding kämpfe, ich schmache meine Gäste. Ganz kurze Unterbrechung, geh auf die Toilette, ich bin gleich wieder da. So, ging ruckzuck bei mir gerade. Muss ja nicht mal Stunden dauern. So, Kolonialdeckstack, wie auch immer. Du hältst ein bisschen mehr aus als deine Kollegen. Habe ich denn anscheinend. Ich bin viel mehr als das. Wetten wir ins. Beide ich trotzdem alle. Von den komischen Kollegen, da lebt der Opus noch immer, oder? Hey, Glocken haben wir ab. Dann brech nochmal. Das ist das, was du dauerst. Echt, hier, sechs. Du konstruierst mich wieder neu. Hä? Wie immer. Nö, ich loote dich jetzt, aber es gibt es nicht mehr zum Konstruieren. Die Handschuhe, Schildwert wird runtergesetzt. Absruptionswert wird hochgesetzt. Nein, aber das öffnen wir mal. Okay. Ähm, Kira. Angriffskraft 17. Okay, die büßt hier auch ein. Tatsächlich. Aber das ist erst einmal egal. Die brauchen ein paar neue. Boah. Das sieht doch mal geil aus. Richtig schöne Raumschlacht. Ja, kann man sich mal angucken. Hunger. Eure Beharrlichkeit ist beeindruckend. Die meisten meiner Feinde neigen dazu, schnell zu sterben. Ja, ich bin vor euch eingetroffen. Habe im Nebel abgewartet. Othir hat seine Truppen zu weit verstreut. Es wird ihnen das Leben kosten. Und das eure. Darth Malgus wird äußerst zufrieden sein. Sollte der Name eures Meisters mir etwas sagen? Was habt ihr Leute nur für ein schlechtes Gedächtnis? Darth Malgus ist der größte Held des Imperiums. Er hat den Angriff auf den Jedi-Tempel auf Coruscant befehligt. Und die Anführer dort getötet. Spaziert nur weiter durch unser Gefängnis. Nachdem ich eure Flotte vernichtet habe, werde ich euch finden. Geschafft oder noch dabei? Ich bin auch dabei. Hier, Rotec. Wir haben uns in die Kompfrequenz des Feindes gehackt. Kill Run hat uns zwischen seiner Flotte und den Automatikern nun des Gefängnisses festgesetzt. Der gefangene Jedi muss befreit werden. Selbst wenn das den Verlust der Flotte bedeutet. Solange wir zwischen euch und Kill Run stehen, seid ihr geschützt. Wenn ihr hier bleibt, werdet ihr sterben. Fallt zurück. Kill Run kann diese Rettungsmission nicht verhindern. Ich ordne einen taktischen Rückzug an. Wir locken die feindlichen Kriegsschiffe fort. Verstreuen ihre Truppen. Ich werde den Komm-Kanal offen lassen. Viel Glück. Das hat mich schon mit Glück zu tun. Ich bin einfach besser als die. Äh, Sifrasjöle. Der block hat mich und der rote von Clemens aufhören. Dann haben wir jetzt den zerigen Daten. Ich werde die Doppelant extremsthörungen sein. Mh, Waf, urne Education. Ziele werden aktualisiert. Siege entfesselte Besteschen. 0 von 30. Oh ne, das war ja mit diesem riesen Ekelviech. Okay, dieses Mal töte ich die Siff als erstes. Bevor ich das Vieh befreie. Alle Schiffe zurückziehen. Wiederhole, alle Schiffe sofort zurückziehen. Over. Ach so. Oh, das hat hier im Übrigen auch ins Loch gebaut. Habe ich da mit dem Voliden alleine gekämpft? Und ich hab grad zum Überleben. Weil der Droide heilt ihn auch. Also wir sind nicht die Zeit. Und hier wird der Schiff zu leben. Du kannst das nicht aufs تعaatze. Ach so, das war doch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ich halte sie auch mal. ich verstehe diese angekündigen einfach dran drücken Ich versuch mich an einem gemütlichen Gegner auf, der mir als Mensch getrennt hat. Nein, der hat gerade ganz anders aus. Der hat sich den genommen, der weiter weg war. Ne eben, aber wenn der dich halt abgeschossen hat, als du den anderen gecatert, dann nimmt er den. Er nimmt immer den, der mir als Mensch stemmen kommt. Egal wie weiter. So, hier gibt's ja immer noch einer. Ey, deswegen kriegen nix auf die Reihe. Wär ich nicht da, die würden hier einfach nur versagen. Sie sind ja auch Begleiter und nicht die Star der Hauptrolle. Die könnten ruhig aber ein bisschen Arbeit abnehmen. Ah, jetzt geht's mit den Monstern los. Und man versteht da kein ordentlich ganzes Geschwärmer. Hast du das nicht eigentlich auf Civ-Seite für Youtube runtergestellst, die Lautstärke? Ehhh, ne ist immer gleich laut. Ich hab nix weiter umgestellt. Und ich mein damals auf Civ-Seiten. Ne, auch nicht. Mich shot man ja. Also dich shot man dann bloß nicht, wenn hier gekämpft wird. Außer bin ich sowieso eins sowieso die Klappe, wenn ich kämpfe. Meistens zumindest. Ehh, leider namens noch. Ich sitze mich dir schon mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist hochkaputt. Das war's für heute. 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 Who is this? Oh my. Das war's für heute. 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 Alter, du hast mich durch den ganzen Raum gebaut, in diesem Tier. Alter, ich habe erstmal genug jahrelang. Alter, ich habe erstmal genug jahrelang. Alter. Geht doch. Geht doch, geht doch. Ähm, auspacken. Sonst weg. Okay, das machen wir auf jeden Fall mal so. Oh, wenn wir noch so langen Gang rennen. Ich stimm wieder mit tausenden von Gegnern. Äh, was? Ne, hier ist nichts zu kaputt machen. Dafür wird der Imperator mich zum Darf machen. Das glaube ich nicht, was ich hier erleben kann. Mach das mir nur nicht so leicht, ja? Keine Sorte. Ich muss das verstehen. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, nur um zu sterben. Wie erbärmlich. Führt die dunkle Seite. Wo war denn? Hallo. Nein. Das ist unmöglich. Ich hatte eine Bestimmung. Die Bestimmung hast du nicht erfüllt. Äh, so das müsste jetzt besser als Kiras sein. Aber auf jeden Fall. 44 Beherrschung, 44 Aus. Dauer, ne. Die hat ja sowieso immer einen besseren Griff als ich. Ich stehe nicht, die trop lachen. Lockt die feindliche Flotte in den Marktstrom. Gewinnt etwas mehr Zeit für unsere Freunde. So. Oh, no. Kira steht einfach da rum und macht dir das Hornig. Huch. Was war denn das? Alter. Alter. So. Hättest du mich nicht weggepounced, wäre es schneller vorbei gewesen. Oh. Keine Bonus-Missionen mehr. Okay. Okay. Tick hat überlegt. Natürlich durch Falkheit. Jetzt seid ihr ganz allein. Es wird nicht viel übrig sein für den Falken. Na. Was waren wir so gern? Wie weit noch? Bestimmt noch fünf, sechs Druiden. Oder drei Sif. So schnell stirbt niemand. So schnell stirbt niemand. Die Handschuhe sind bescheidener. 42 Beherrschung, 36 Ausdauer. Nein, der Kira hat schon wieder bessere. Die hat schon wieder bessere Handschuhe als ich. Dafür habe ich zwei extra Werte. Haha. Mann, Mann, Mann. So, ich versuche mich jetzt mal aus... Nein, scheiße, ich kann mich aus der Affäre ziehen. Ich muss kämpfen. Scheiße. Oh, da kommt schon eine fette Druide. Das wollte ich nämlich vermeiden. Genau. Und schon mischt er mit. Das war's. Ich werde hier lernen fliegen. Oh, das ist geil. Ach, hier sind ja noch mehr. Drei mal die gleichen Schuhe im Gepäck jetzt sagen. Nein, schon wieder. Hey Kira, ich habe meinen besiegt und du sollst? Ich bin ziemlich besiegt. Es ist einfach so cool. Das ist schon so cool. Ich hab langsam die Schnauze voll vom Kämpfen hier. Das Spiel versteht der bloß. Das Spiel versteht. Ich verwisse aber gerade jemanden. Wie ist denn dieser Unterstützungsrunde hin? Der ist doch wohl nicht etwas zerstört worden. Komm, dann rufen wir dich mal. Da ist er wieder. Das ist mir auch noch nie passiert, dass der tot ist. So viel Ärger wegen eines republikanischen Agenten. Man kann es kaum glauben. Mein Lord, ich verspreche euch, dieses Ärgernis zu beseitigen. Diese peinliche Fass endet hier. Den Gefangenen des Imperators zu finden ist momentan euer einziges Ziel. Kümmert euch später um dieses Ärgernis. Ich verschiebe meine Aufgaben nicht gern, mein Lord. Ich werde beide Ziele erreichen. Ihr habt alles aufs Spiel gesetzt, um diesen Mann festzuhalten. Wieso? Wer ist er? Ihr wisst noch nicht einmal, wieso ihr hier seid. Faszinierend. Das nenne ich Patriotismus. Bewundernswert, aber ihr sollt lieber unwissend sterben. Das Imperium grüßt euch, Ghostm of Killrun. Ich werde euch nun allein lassen, damit ihr eure Ehre zurückerlangen könnt. Ruhm dem Imperium! Meine Ehre wird nicht perfekt werden! Sieg für den Eich! Juhal, stirbt niemand. Nein, wenn der ruht fürs Imperium, ruht doch nicht. Sieg für den Eich, ist doch ganz klar. Nein, Sieg für den Republik, der eigentlich. Nein, Sieg für den Eich, ich mache die ganze Arbeit, die anderen ruht nicht raus. Ich habe die halt noch nie würfig kämpfen gesehen, außer an der Flügelstelle. Wow. Bauher an der Flügelstelle, wunderbar mal Zeit. Dreck dich zu irgendwoher. Ero einways Schrauben. Ära bei soff blast. Wenn du mich verarschst, fängst du jetzt einfach in die Drohie wegzuschätzen. Och komm schon, man. Immer wenn ich eine Attacke einsetzen will. Jetzt ruhig wieder warte. Das ist nur für ein Feigling. Dann kann ich nicht mal rennen. Kicht auf meinen Befehl. So schnell stirbt niemand. Das habe ich nicht verdient. Doch, das hast du voll gehabt. Du hast mich schon mal weggeschubst wie so ein Feigling. Und die umsichtbar waren. Verschwunden. Nö, er hat sich nicht umsichtbar gemacht, er hat sich da eh mal teleportiert. Ja, das merkt man. Aber sonst war da nicht wirklich viel gerade los. Was ist das? Thermalichtschwert des Bollwerks. 166 bis 249 Damage. Meinst du gerade mal 8 Grad bis maximal 198? Also das werde ich behalten und offrüsten, wenns geht. Das ist ein Lichtschwert der Stufe 32. Meinst du ist der Stufe 34 und macht weitaus wiegen Garten. Okay. Das ist interessant. Gekriegte kaputt. Man kann doch gar nicht die Stufe einsehen, oder? Doch, wo siehst du denn die Stufe? Ich bin gerade im Gespräch. Was ist geschehen? Ich bin gerade im Gespräch. Nein. Nein. Was habt ihr getan? Nun hält ihn nichts mehr. Euch hat man doch festgehalten. Durch meine Anstrengungen wurde der Imperator gebremst. Wie habt ihr mich gefunden? Eure Stärke verlässt euch. Ihr müsst frei sein, sonst ist alles verloren. Ihr solltet eins sein mit der Macht. Endlich Frieden finden. Es gibt keinen Frieden, solange ihr leidet. Der Imperator ertränkt euch in dunklem Wasser. Er will, dass ich wieder da Frevan werde. Ihm diene, wie ich es vor Jahrhunderten tat. Den Holo-Aufzeichnungen zufolge habt ihr die Republik als Sith in die Knie gezwungen und als Jedi wieder gerettet. Und laut den Aufzeichnungen seid ihr tot. Ich bin tot und neu geboren. Immer und immer wieder. Jedi, Sith, über viele Lebzeiten hinweg. Ich führte meine Verbündeten bis zum Rand der Galaxis, um den Imperator zu vernichten. Doch wir verstanden seine wahre Macht nicht. Ich habe alle verloren. Aus unseren eigenen Reihen wurden wir verraten. Der Imperator sperrte mich ein. Hielt mich mit Sith-Alchemie am Leben. Benutzte mich. Einer eurer Verbündeten hat euch verkauft? Ich nehme doch an, dafür hat er gewüst. Er lebt durch dieselben dunklen Mächte wie ich und dient als Vollstrecker des Imperators. Sein unsterblicher Zorn. Der Imperator benutzte mich als Verbindung zur hellen Seite der Macht und zum Jedi-Orden. Durch mich hatte er Visionen. Doch diese Verbindung verlieh auch mir Einfluss. Ich überzeugte den Imperator, dass der Frieden in seinem Interesse lag. Ich zügelte seinen Hass. Der Frieden ist verloren. Der Imperator beginnt seinen letzten Krieg. Haltet ihn auf. Verlasst diesen Ort, solange ihr noch könnt. Nutz die Schiffe des Feindes. Besprich vorbei. Danke, meine alte Freundin. Ich werde zu Ende bringen, was wir bekamen. Jetzt ist es vorbei. Wenn du wissen willst, was für eine Stufe dein Lichtschwert hat, wenn du mit dem Mauszeiger draufgehst, hast du ganz unten Vorschau-STRG, Ändern-STRG, darüber Erforderung, was du brauchst. Da steht da, erfordert Lichtschwert, und darüber erfordert Stufe 32. So, ja gut, das heißt aber nicht, dass es so und so eine Stufe hat für mich. Ähm, ja doch, weil meins kann ich erst ab 34, also es ist ein Level 34er Lichtschwert. Welche Werte haben die Lichtschwerte denn bei dir? Also oben, die Wertezahl. Äh, meins, was ich nutze, 86, und das, was ich jetzt bekommen habe, 98, was weitaus besser ist. Aber von der Stufe her niedriger. Ist halt ganz seltsam. Aber okay, dafür hat das hier noch vier Gesamt-, ne, fünf Gesamtwerte. Meins hat zwei, vier, sechs, sieben. Mhm. Äh, wenn ich das aufrüste, dann müsste auf jeden Fall noch was kommen, wenn man es aufrüsten kann. Das kann ja wieder so hin sein, wo du einfach noch ein Kristall reinmachen kannst. Davon gibt es ja auch mehr als genug. Ich glaube, ich liebe solche mittlerweile. Äh. Flashpoint Ausgang. Oh, geschafft. Eik hat gesiegt. So, na dann, haben wir das jetzt auch komplett abgeschlossen, ne? Muss man doch nochmal eine Runde quatschen gehen. So viele gaben für meine Freiheit ihr Leben. Ich bin Meister Oteck begegnet. Er ging fort, um das republikanische Oberkommando über die Verluste in Kenntnis zu setzen. Sie sind erschütternd. Mein einziger Trost ist, dass die Jedi noch immer große Krieger hervorbringen. Ich wünschte ihr Wert an meiner Seite gewesen, als ich den Imperator konfrontierte. Auf meinem Schiff ist noch Platz für euch. Wir besiegen den Imperator gemeinsam. Es ist nicht meine Bestimmung zu folgen oder zu führen. Ich gehe meinen eigenen Weg, wie schon immer. Meine Verbindung zum Imperator ist gebrochen. Aber als ein Gefangener habe ich viel gelernt. Das Wissen von Jahrhunderten. Ich werde alles mit dem Rat der Jedi teilen. Dann werde ich diesem verfluchten Krieg und dem Sith-Imperium ein Ende setzen. Wenn ihr Verbündete braucht, könnt ihr auf mich zählen. Ihr habt mir die Freiheit geschenkt. Das ist mehr als genug. Es gibt ein Geheimnis, das der Imperator nie aus mir heraus bekam. Einen Ort. Die Fabrik. In den falschen Händen kann sie ganze Zivilisationen vernichten. In meinen Händen wird sie die Galaxis retten. Kehrt in den Kampf zurück, solange er noch anhält. Eins wüsste ich noch gern, bevor ich gehe. Wer war die Frau, die uns zu euch führte? Sie war ein großer Jedi. Meine Ängste vertraute. Die Geschichte kennt sie als die Verbannte. Für mich war sie... weitaus mehr als das. Eure Fähne nach Taiwan ist startbereit. Es wird Zeit. Lebt wohl. Ich werde nie vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ich auch nicht. Nicht nur, dass ihr ihn gerettet habt. Ihr habt der Flotte auch weitere Verluste erspart. Die Republik braucht jeden Flottenadmiral und je die Meister, den sie hat. Seid bitte vorsichtig. Der Weg, der vor mir liegt, ist sehr gefährlich. Aber ich gebe mir Mühe. Dank euch haben wir einen großen Schritt zum Sieg über das Imperium getan. Möge die Macht mit euch sein. Ich muss mir auch noch eine Belohnung aussuchen. Ist egal, ich habe dir alles verkauft. 30.000 WP war besser als nichts. Und sie ist entcheckt die Quest. Das heißt, ich kann zum Briefkasten. Was kannst du? Zum Briefkasten. Ich habe 1300 Münzen gekriegt. Warum? Wenn es um Geld geht, habe ich keine Probleme. Ich will immer noch so ein scheiß Kristall haben. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und ange... So, da ich ja jetzt sowieso hier auf der Republikanischen Raumstation bin, kann ich ja gleich mal gucken, ob ich das Schwert aufrüsten kann. Das wäre nice. Das wäre nice, doch scheiß. Was ist denn eigentlich, wenn ich eine 5-Minuten-Pause mache? Oh Gott, wo war denn das? Ich glaube, beim Handelsmarkt. Nee, Versorgungsgüter. Nee, Handelsmarkt. Nee, Kampfausbildung. Da habe ich ja fast alles durch. Kampfausbildung, da waren ja hier die ganzen Jedi-Typsies. Und ich glaube auch, um ein Lichtschwert aufzuwerden. Kann mich aber enttäuschen. Wo bin ich jetzt? Oh, ich bin zu weit gefahren. Wir gehen also zum Ausbilder. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der irritiert ist. Gibt nichts Neues und ich bin zu wenig aufgestiegen. Wir können jederzeit zusammen. Und, boah, das merke ich mir. Das merke ich mir. Äh, Leutnant, Soldat. Okay, hier gibt es das nicht. Dann ist das doch Versorgungsgüter oder Handelsmarkt. Gibt es hier in der Werkbank? Zeig mal her. Ähm, wo ist denn das Lichtschwert? Da. Kannst du nur ein Farbkristall reinmachen. Und ein Aufwertungskit. Wie kriegt man das? Aufwertungskits kann man mit bestimmten Berufen herstellen. Apropos Berufe. Ich habe den ganzen Tag noch nicht einmal meine Typsies hier losgeschickt. Ich habe den ganzen Tag noch nicht mehr. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichern sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausgüribe. Aber eh, nehme ich das Schwert oder nehme ich es nicht? Das ist halt besser als meins. Hat aber zwei Atemgute weniger. Und zwar Verteidigungswert und Absorptionswert. Angriffskraft und kritischer Treffer geht auch stark runter. Der hat nicht mal Angriffskraft. Das ist gerade... Ganz ehrlich, ich nehme das. Kann ja sowieso passieren, dass du innerhalb von zehn Minuten das noch ein besseres Schwert findest. Dann möge das so sein. Okay, das andere Schwert. Wo war das jetzt hier? Ich will halt immer noch einen anderen Kristall reinhaben. Alter, ich habe die ganzen Komponenten aus dem Lichtschwert und das dunkle Jedi rausgenommen. Hauptwert 27 bis 41 Schaden. Ist das runtergegangen? Das waren wirklich nur die Aufwertungen, die ich da reingeballert habe. Aber warte mal. Oh, scheiße, bin ich bescheuert. Ich muss hier nochmal. Ich bin auch jetzt... Scheiße, mir fehlt noch eh zu Stufe 42. Ich habe nämlich, glaube ich, die für 38 schon... Nee, für Stufe 34. Ich hätte mein Schwert halt einfach noch besser machen können. Ich stulli. Willkommen. Unser Lager ist voll und wir verfügen selbstverständlich über eine Verkaufs... Beherrschung, Ausdauer 25,20. Und ich habe nur 22,17, ne? Ähm, dann habe ich hier so ein Kit. Totbringender Modifikator. Ähm, Angriffskraft 13. Ich habe immer das mit den meisten genommen. Das wären hier Angriffskraft 15, ne? Also ganz ehrlich, ich werde jetzt einfach mal, just for fun, das Lichtschwert mit den neuen Dingern off. Und im nächsten Level kriege ich ja eh wieder neue. Adept Verbesserung 17. Das ist dann das hier oben. Genau. Ey, wenn das Ding jetzt mehr Damage macht als vorher, no? Fress ich, Besen. Äh, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ich werde jetzt schon wieder generell ihn später mal da in der Angriffswerte sagen. Okay. Mhm. Das macht nur 18 Maximal Damage weniger. Und 12 Minimal Damage. Da würde ich tatsächlich bei dem bleiben, was ich habe. Weil ich kann das ja dann mit dem nächsten Level schon wieder aufrüsten, ne? Und dann komme ich auch auf meine 250, 260 Damage. Okay. Wo ist das Schwert, was ich ausgerüstet habe? Ähm. Da. Farbkristall raus. Ich will immer noch einen anderen Farbkristall haben. Der nervt. Und ich will so ein Tuning-Teil haben. Aufwertungskid und Tuning-Teil. Ich könnte mir rein theoretisch das für 42er schon alles kaufen. Willkommen. Wenn ich schlaube und kann ich noch nicht kaufen, okay. Kann ich noch nicht kaufen. Dann würde ich sagen... Guck ich nochmal. Ich muss doch hier irgendwo scheiß Farbkristalle kaufen können. Das kann doch nicht so schwer sein, an so ein Kristall zu kommen. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Hier, die Lichtschwertschmiede. Okay. Okay. Seht euch ruhig um. Mach ich doch grad. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Oro-Küken. Stimmt, ich habe auch noch meine Eier. Wir können jederzeit zusammen üben. Aber es kann doch nicht sein, dass es hier kein einziges Geschäft gibt. Farbkristall kaufen kann. Ein bisschen Schaden, einmal kurz vollziehen. Ja, komm. Ich mache jetzt erstmal das, bevor ich es wieder vergesse. Brodelnde Weisheit. Der Lebenswärter. Was ist das da? 3000 Techfragmente und eine Million Credits. Abbrechisch. Jochen Hüter. Ich brauche darum, dass nur mit und. Legendäre Blut, seltene Belohnung durchs Sammeln und Missionen kann auf der Flotte für Techfragmente gekauft werden. Ne, ich hab meine Techfragmente leider verkauft. Kriegsbeute-Haustierhändler brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Mein Schwert macht 154 bis 231. Aber meins hat sich ja nicht verändert. 140 bis 250. Ich weiß, dass es bei bestimmten Missionen, kann es sein, dass du Lichtschwertkristalle nur auf Taifon beim Tempel bei irgendeinem Ding, das man kaufen kann? Keine Ahnung, müsste man mal rausfinden. Oder auch bei Khorasan beim Tempel, bei irgendeinem großen Jedi-Tempel vielleicht. Normalerweise findet man die ja und kauft nicht. Ja gut, stimmt. Ich weiß aber nicht, ob du jemals als Jedi rote Kristalle finden wirst. Ich will ja keinen roten haben. Achso. Welche Farbe möchtest du denn? Pink. Ich mach jetzt aber ne ganz kurze Pause, die ist schon überfällig. Bis gleich. Jupp. Du bist der Du bist du, was heißt? Du bist du. Du bist du. Du bist du. Ich hab gegenseit, wenn deine Angst zu sein. Du bist du. Warte, 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 warte. Das ist es äh, warte. Das ist ein Kopf. Warte, warte, warte. Ich habe mich wieder zurück. Bis zum nächsten Mal.